hallo freunde ich bin mit dem master und ich bin dann die europäische willkommen zurück zu joshis wo die wird alles ist wieder aus wolle hinter letztes level lassen es machen ein speck sniffet schloss einer reine die geheimnisse und ich nehme wieder nichts da gibt es wieder jemand anderen draußen da muss man wieder jemanden angeber sein mit seiner halle davidson also man muss da unterfallen da muss man sein alter wie der grins der erste gesehen oder erlaubt in diese einbringung von super mario boss ja da war er sich so bewegt haben ja da habe ich das gemacht bis zwei dreimal hatte gesprungen in der luft in der luft ja übrigens weil ich bin jetzt ein anderer joshik ging es frost joshie und ich werde mal auch bald joshik es gibt halt kein messer bisher das passiert habe ich da eingequetscht gestorben jetzt bist du gestorben die dumme kuh ich will dich verwenden du bist ein bisschen gutes spielzeug das ist meine wolle meine wolle meine wolle meine wolle also also und ich bin darin was wert meinst du das wert ja ja sondern leben davon kann ich mir merken wir haben überhaupt keine leben die man hat hier keine grenze zahl und leben das ist unendlich viel leben ist dieses spiel eigentlich völlig sinnlos ja warte mal moment halt halt nicht dadurch gehen das ist keine wolle ne aber du das ist einfach nicht so wow was ist das was ist das was ist das was ist das denn wir sind im büttel der wälder der wälder der wälder der wälder der wälder vielleicht hätte ich ja noch so weiter geht und verpasst alles hier ist die dritte blume das wollte ich nicht du hast mir das angetan jodest du mir das was mir wert ich mache jetzt ich gehe mal lieber geht doch mal lieber an meiner stelle weiter okay okay also diese nachricht blöcke bleibt da stehen bleibt verstehen wir sie wieder gut gemacht was kommt ja auch noch nachher und wir haben nicht genug herzen aber denn alle wir haben auch nicht alle münzen gefunden aber wir haben alle wollen blumen haben wir ja das ist schon mal ein anfang da was sagen wir uns hier so hallo sind die neuen guten tag überfall hier geht mir langsam auf die nerven hey du da mit der jacke legt diese joshis auf eis also jetzt noch wissen wir die man gesagt haben bei power und dass wenn die monster vergrößern dann möchte ich jetzt mal sagen ich mache mein monster wir müssen den den so noch mal wird normal aber wir brauchen da erstmal ein paar scheinen noch mal auch ich bin mit gebrüht ja 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 nix gegen die rostauern gekommen ja ich bin ja noch viel viel schwieriger vor allem der eisbär er ist noch wieder auf der insel geschildert und dann kamen wir ja er hat einfach nur sein als genossen und haben zwei bilder haben es kaputt gemacht kaum reden wir über den macht er auch so eine ähnliche attacke ja ich komme immer ein das nicht damit man euch alle drei schweiger ist von dem jahr treffen ja mit dem markt funktioniert alles ich habe ja einfach mal geschehen ja ich kann auch auf der arena das match buster geht schon wieder auf mich also die drehung die verzögert willst wir da reinkommen direkt nicht auf den hat einfach so auf den schiffen glaube ich ja okay ich habe drei wolle dann muss man noch die runde überleben ich habe nur noch ein leben frei feuer jetzt habe ich kielst du ja gut ich muss gerade auch in die mitte kommen okay die welt am ende ja dann kann ich gar nicht so irgendwie wahrgenommen wir haben es geschafft wir sind fertig mit dieser welt jubel jubel freu okay was ist die letzte wir werden es gleich sehen ich habe einen wir haben einen neuen trick anstecker bekommen aus atem oder irgendwie sowas ja aber erst mal müssen wir diesen jubel zusammen herkommt es ist geil eisne für die joshie wurde wieder zusammen gehackert ein gesicht auf seine nase ja gestört das kam er kommt den schnappen wir uns es kommt die schubladen welt da oben ist bauserschloss kann der mit diesem spiel zu tun da macht aber gar keinen sinn warte kommen den schnappen wir uns auch man war ja war ja bei der mara 6 1 und da ist das spezielle wird das erste level lautet im netz der schmatz spinnen okay das brauchen wir nicht wer mit eis ist ja widerlich elektro ich spucke ich speier elektro kannst es nicht hochklettern habe ich schon gefragt irgendwie wie soll man ja durchkommt als spieler modus also hast du gesehen dass sie sich das liebe da unten er gibt es keine liebe das männliche kanal ja genau hier gibt es keine liebe liebe gibt es nur wenn ich bin welches älter sport spielt da sind wir verheiratet nämlich seit dem ersten part ja das ist nicht das ist ein wort und was bist du mit einem nord zusammen sind bei einem nord wieso wissen jetzt erst schon seit ewigkeiten ich habe es nicht gesehen dann schwein ich habe ja irgendwann mal gesagt aber anscheinend nicht so auch ich bin gerade entsetzt und schockiert das ding weil ich kaputt machen nein nein wir machen es nicht kaputt wieso nicht man wirst nicht kaputt machen ich mache es kaputt okay vielleicht kann man es doch nicht kaputt hat er hier hatte der liebe geschenkt man wird schon einmal gestorben in diesem neuen letzten part glaube ich in der artik die weg keinen geht weg keine liebe für euch nein 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 da muss man irgendwo hier sein wie die sich lieben wie die sich lieben ist widerlich eine kraft da muss ja ganz am anfang gewesen sein töte die spinne töte sie töte sie da war wirklich ganz dazu gelaufen sind also zurückgeklettert sind sondern wie check oder so gehen am besten wenn ich noch mal machen und wie läuft es bei dir so ich glaube nicht ich kletter und wie klettert es bei dir so stehen ist auch laufen ich auch nicht stehe auch erst klettern wie bist du gestorben glaube ich draufgefallen ich bin auf die truppen dass er dich einen zungen kurs gehen für mich auch klingt ja widerlich dachte ich wollte mich leben ich habe gesagt hier gibt es keine liebe keine liebe für dann die rpl was sie gesehen dass das habe ich ihnen gegeben die leute die ihr meinen sie kriegen hier liebe da gibt es noch hast verzweiflung genau gut trauer verwirrung erniedrigung ich habe volle leben sich gerade ja wie lange bleibt ich weiß ich versuche herunter zu kommen da ist was er lässt mich nicht weiß immer noch war das ist bestimmt nicht wichtig wenn das aber immer noch was da ist nichts mehr ich habe das nur gesagt um dich zu verwirren wie immer noch keine liebe für euch weiter anstatt den da hängen zu lassen einfach 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 deinen abgrund nein das war ich nicht das war das war die spinne das ist gesehen also den gesehen hatte dass man da links hingehen nein nein niemals das war ja das war ja das war ja Nummer drei diese da ist nichts abgesehen nicht das ist ja sehr gut was kann man lieber zurück erst mal machen heute geht's was ist denn da oben los was ist denn damit los hütte titte also lexten gerade am arsch ist er wieder nicht so machen hat ja schieß untereinander warum die solche lange zungen haben hier wo es getroffen oder alles naja und wieder reingeschubst warte 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 war da unten schon der ausgang keine ahnung da kommen ich meine ich komme runter okay aber wir können sogar zurück wir können zurückgehen da war noch eine wolle oder uns wird noch eine wolle da ist jetzt die münze wir sehen dass die irgendwo drin ist nix da ist sie einfach dass sie sie ja ich hab's dann haben wir ja alles außer die arzten kurz in der bild ja wir haben noch zehn minuten also wir haben noch zehn minuten da können wir ja noch einige machen was kriegen wir ja also höchste fällen okay was geschummelt da habe ich nicht durch mich als erster und gar nicht ich wollte mich eigentlich nur befreien aber sehr gut so richtig aufgaben so aufgaben du hast mich als erster gefressen nein habe ich nicht ich habe nur gekontert doch also wo nein habe ich nicht du bist du mir zurück jetzt nein 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 abend himmel joshi wurde wieder zusammen gehäkelt wenn er in seine backen war rot dann wir hatten die katsche ja was ist die chinesische version von pikachu ling ling achso ja ling ling into battle go schnappnahtgebirge wenn da jetzt noch ein buchstabe dran wäre hätten wir einen youtuber daraus gehabt warte es wenn da jetzt dann steht er gebirges ok das ist ein youtuber ich bin sogar auf seinem discord wort drauf das ist ganz witzig sagt er meine satz ja er sagt promoten warum solltet ihr uns kommen promoten der 1500 1500 abonnieren mein gott ja und das ist immer noch besser 2 und 2 ich kann nicht reden ja also da kann man drauf springen ist das weiter kommen wir jetzt hoch gehen wir da hoch man kann bock so war mal runter nein nachdem er war ich glaube weil ich spiele eins bin geht die kammer auf mich eher ich weiß nicht hast du wohl geworfen wenn ich so wichtig jetzt werfen da musst du jetzt sagen das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja du hast mich schon 3 4 mal heute hier runtergeschmissen das stimmt doch gar nicht ich verdiene etwas gut tun nein das meint hier wird sich doch na was los da oben ich verstehe schon verstehe ich immer noch nicht mehr kann man mich voll einsam einfach oder so kann man nicht hoch ich komme nicht hoch ich bin schön ich bin schön so oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott und soll jetzt meine röhre reingehen ja oder da ist es hier was da sehe ich noch was das ist interessant interessant aus dem ich möchte sehen ja jetzt lassen sie nicht ich will mich jetzt jetzt will ich hier lang hey jetzt lassen sie die röhre gehen ok dann schild ist aber auch hier wie sehen kannst ein kleines stein und spielen okay es ist immer wieder zeit für meine thema morgen joshi rangers werden wir schirme schirme da war an die kleinwärte ich steuere nur mit weg weil wir ja auch spießen ich habe mich da ein weg hier komme ich da durch nein nein ich verstehe die steuerung von dem scheiß ding nur aber zum öffnen damit verfliegen können aber wie ihr gesehen dass es war das war die erste volle gewesen war da kann aber jetzt ja 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 das geschaffen hat er verfehlt aber was soll es ja was soll es ich habe mich eine sekunde auf die aufnahme will schon den ball alter danke also ich muss sagen das war team ich habe dich getroffen wie kannst du das noch alles was wir machen hat ja genau aus dieser range nein jetzt geh weg nein 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 ich bin hier das stand im spiel wenn es einfach da jetzt zu einsetzen können hätte es mich und mitrund erziehen können das ist vorfall der brutale mordor dabei das ding eingefädelt das ist nicht meine absicht gewesen aus dieser range machen wir das mal nach ich wollte ja auflagen ich habe wollte ich habe den weg gemacht machen wir einen weg die kampf darüber ich will mir ich würde erst mal gerne wissen wie das aussieht so leicht wenn jemand so wie ging es erst mal vorstelle irgendwie so ein nackter fatter typ irgendwie er soll erst mal in den sinn kommen wenn ich mir gerade vorstelle du bist doch krank für den schauen die blume ich habe eine blume gefunden dann schafft man nicht aber 20 hp und die ungern verlieren viele wolle jetzt haben wir es gespawnt habe ich gehört oder wahrscheinlich irgendwo weiter oben da das schmerzen irgendwie man auf den so plattform verwandelt wird auch mich nicht mal aus und kommst du nicht eigentlich die plattform haben wir haben alle blumen ich würde da runter gehen wer sich jetzt voll zurück wandelt dreck oder seien es auch von der netten aber alles ich sehe noch eine wolle erwartet dass wir jetzt noch nicht das ein oder können wir gehen weiter die dazu irgendwie aus warum darum ist sie jetzt von den dingen getroffen werden ja das wäre echt scheiße gewesen aber hey wir haben es geschafft und ich glaube wir haben alles gefunden ja wir haben alles 1 2 4 5 1 2 3 4 5 wolle und 20 münzen jetzt supergeiler matriko super supergeiler fantastisch die comato wir sind immer ja ein paar level perfekt und das was ich habe gewonnen ich habe gesinkt ein sieg über daniros schreckens herrschaft genau hier gibt es aber keine kronen wir wissen du bist blitz joshie haben überhaupt nicht so freundlich dann macht das auch keinen sinn na gut okay im nächsten part geht es weiter mit diesen level das heißt lavieren durch die laber höhle ist ja keine ahnung was das heißt ja gut okay aber alles alles im nächsten part bis dann ciao bye bye und 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 und